Dies sind die Muppet-Karten von Top Trump, die Karten der Muppets. Mit denen kann man jetzt leider kein Quartett spielen, weil da sind zwar alle Figuren der Muppets dabei. Stasler und Waldorf zum Beispiel, ihr Debüt war 1976, ihr Wert für Chaotik ist 20, Glamour 30, Humor Punkte 5, Hall of Fame 9, weil sie eben sehr bekannt sind. Es gibt Jim Hansen, Gonzo gibt es, es gibt Beauregard, es gibt Bean Bunny, es gibt den dänischen Koch und so weiter und so fort. Hier ist nochmal Kermit. Da es jetzt hier im Prinzip keine Kategorien gibt, kann man damit eben kein Quartett spielen. Was man aber spielen kann, ist Trumpfen. Das klassische Top Trumps Trumpfen. Verteile alle Karten verdeckt gleichmäßig an alle Spieler. Die Karten werden gemischt und ausgeteilt. Verdeckt und gleich viele. Jeder Spieler nimmt seine Karten so in die Hand, dass er einen Stapel bildet. So und nun wird gestochen. Das war der Geber. Es geht immer im Uhrzeigersinn, also abwechselnd. Der erste Spieler wählt seinen besten Wert, normalerweise der höchste, seiner ersten Karte. Er denkt sich, chaotisch ist ein guter Wert und liest jetzt vor, Miss Piggy chaotisch. Jeder liest denselben Wert seiner eigenen ersten Karte vor. Diese Karte hat bei chaotisch nur 11. Dadurch ist klar, Miss Piggy hat gewonnen. Der Spieler mit dem besten Wert gewinnt und erhält die obersten Karten seiner Mitspieler, die er zusammen mit seiner eigenen, unter seinen eigenen Kartenstapel steckt. Wenn zwei oder mehr Karten den gleichen oder keinen Wert aufweisen, kommen die obersten Karten in die Mitte und es wird gestochen. Der selbe Spieler wählt einen neuen Wert der nächsten Karte. Der Gewinner dieser Runde erhält auch die Karten aus der Mitte. Der Gewinner wählt den Wert für die nächste Runde. Wer als erster alle Karten auf der Hand hat, gewinnt. Du hast dir gerade von Top Drums Trumpfen angeschaut. Das Spiel hat dir gefallen und du möchtest so gerne Top Drums von den Muppets gewinnen? Dann schau doch mal, ob und welche Spiele wir derzeit verlosen unter www.spielregeln-spielanleitung.de